Servus Leute, Moin Moin, RagingRaptist hier und ich möchte noch ein kleines Infovideo machen. Wie ihr sicher schon gesehen habt, hat der Mausakobat dieses 2 vs. 2 Turnier organisiert und ja, ich bin dort auch mit dabei. Diesmal mit dem Xilons zusammen. Wir sind in Gruppe B und ich möchte jetzt euch auch nochmal ein paar kurze Informationen geben, was denn so ganz genau wichtig ist. Denn es ist ja ein 2 vs. 2 Stufe 9 Turnier für einen guten Zweck. Es geht darum, Geld zu sammeln für diverse Hilfsorganisationen. Da können wir mal ganz kurz hier angucken gehen. Ich würde euch wirklich empfehlen, das Video von Maus zu gucken. Er hat da wirklich alles super, super erklärt, wer was hinkriegt oder was wohin geht. Wichtig ist, 30% geht an das Kinderhospiz Sternbrücke, 25% an Offroad Kids. Dann dürfen die Gewinne nochmal was raussuchen für 15%. Nochmal 15% an die Inselherzen, 10% an die Sozialfälle und 5% noch an die Hundelobby. Punkt ist, es geht darum, dass wir Gamer es hinkriegen können, noch einen guten Abschluss für das Jahr 2020 hinzukriegen. Sehen wir doch mal ehrlich. 2020 war ein bisschen verkorktes Jahr. Corona war nicht gerade so geil. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute unter euch auch Probleme mit dieser Situation hatten. Ob es jetzt geschäftlich, arbeitstechnisch oder einfach auch psychisch war. Und ich denke, das ist eine super, super Sache hier, jetzt noch am Ende des Jahres mal einmal auf den Tisch zu klopfen und zu sagen, yo, wir probieren dieses Jahr noch mit einem guten Festival zu beenden. Und ja, guckt euch mal an, wir haben schon 6.300, Entschuldigung, ich muss aktualisieren, wir haben schon 11.284, ihr könnt es sehen. Das wird dann hier oben, dieses Ding hier, wird auch bei mir dann im Stream laufen, damit ihr seht, wie weit wir ungefähr sind. Juli Jochen hat auch gerade erst 20 Euro gespendet. Heilige Scheiß, wir haben schon ein Fünftel der Summe zusammen. Und ja, es ist ja ein 2 vs. Zeit-Turnier, Stufe 9er. Ich bin mit dem Jens unterwegs und ja, es gibt verschiedene Karten. Es darf nur ein TD mit, Entschuldigung, maximal ein Outloader mitgenommen werden. Keine Scouts, keine Artie natürlich. Und wir haben diverse Karten. Lass dich einfach überraschen. Das sind alle Streamer, die mitmachen. Also super, super Sache. Und ich persönlich werde heute um 16 Uhr spielen mit dem Jens gegen DJ Phil und Toomsbone. Und dann um 20 Uhr haben wir ein super, super hartes Gefecht. Freddy und Chess. Und dann am letzten Tag noch, am Samstag, haben wir um 15.30 Uhr das Gefecht gegen Harald und Kreilo. Ja, das könnte interessant werden. Das könnte wirklich interessant werden. Mal gucken, wie stark diese Gefechte sein werden. Ich habe außerharten Bangen gegen Freddy und Chess, weil die sind super, super Spiele. Aber natürlich dürfen wir Kreilo nicht unterschätzen und auch DJ Phil nicht und sein Kollege. Punkt ist, es wird spannend, würde ich mal sagen. Ich gebe erstens noch einen Link zu meinem Twitch-Kanal unten drinnen und natürlich auch noch zum Video vom Mausakrobat. Wichtig ist, wenn ihr dann bei mir seid, könnt ihr einfach spenden, drücken oder reinschreiben. Dann kommt der Link, wo ihr direkt drauf gehen könnt und dort könnt ihr eben jetzt spenden. Ich werde natürlich auch noch eine kleine Summe reinsetzen. Muss ich ja, schon fast. Ist ja wichtig auch, dass wir da wirklich was mit zusammen hinkriegen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass ihr wobeikommen könnt und auch mit uns dieses Jahr nochmal mit einem richtig geilen Schwung beenden könnt. Danke viel, viel, viel mal fürs Zuschauen. Und ja, ich denke mal noch ein Jahresabschlussvideo wird eh noch kommen. Cheers, Leute. Und man sieht sich im nächsten Video. Bye, bye. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017